Ausfahrt TV ist ein Partner von Leasingmarkt.de Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausfahrt TV. Und hier ist der Schlüssel zu unserem heutigen Testwagen. Das ist der 2020 Fiat Panda Citycross Hybrid in der Launch Edition. Der Fiat Panda ist ein Fünftürer aus dem Segment der Kleinstfahrzeuge. Und ich hätte drei Mitbewerber exemplarisch für euch. Das wäre einmal der Suzuki Ignis, der Kia Picanto und der Renault Twingo. Der Fiat Panda wurde im Spätsommer 2011 in Frankfurt erstmals vorgestellt. Er wird in Italien gebaut. Beim Euro NCAP Crash Test hat der Panda 2011 noch vier Sterne, 2015 drei Sterne und 2018 gar keinen Stern bekommen. Fiat bietet den Panda Citycross zu einem Basislistenpreis von 13.150 Euro an. Unser Testwagen als Citycross Hybrid in der Launch Edition und allen zusätzlichen Optionen. Der hat einen Listenpreis von 16.186 Euro. Ich habe das Auto wie immer für euch nachkonfiguriert. So viele Optionen sind es nicht. Trotzdem, die Konfiguration findet ihr bei uns auf der Homepage. Den Link zur Homepage, den findet ihr unten im Videobeschreibungstext. Direkt darüber übrigens der Link zu unserem Partner leasingmarkt.de. Wenn ihr vorhabt, ein Auto zu leasen, egal ob Mercedes S-Klasse oder Fiat Panda, schaut einfach mal bei leasingmarkt.de vorbei. Die haben immer gute Leasingangebote, nicht nur für gewerbliche Kunden, sondern auch für private Kunden. Der 2020 Fiat Panda Citycross Hybrid hat einen Mild-Hybrid-Antrieb. Unter der Haube findet sich erstmal ein 1-Liter-Reihen-Dreizylinder-Sauger. Der leistet 70 PS und hat ein maximales Drehmoment von 92 Newtonmeter, welches bei 3.500 Umdrehungen pro Minute anliegt. Der Motor verfügt zudem über einen Riemen-Starter-Generator mit einer Leistung von 3,6 kW, sprich fast 5 PS. Und dieser kann den Benziner um 20 Newtonmeter kurzfristig boosten. Als Energiespeicher dient eine 11 Ampereschwinden große Lithium-Ionen-Batterie. Geschaltet wird mittels 6-Gang-Handschaltung. Der Testwagen hat Frontantrieb. Unser Testwagen beschleunigt von 0 auf 100 in 14,7 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 155 kmh. Der Durchschnittsverbrauch laut Hersteller beträgt 3,9 Liter auf 100 Kilometer bei einem CO2-Ausstoß von 89 Gramm pro Kilometer. Das sind Neffswerte. WLQP 5,6 Liter bei 126 Gramm pro Kilometer. Vollbetankt mit 38 Litern Super kommt man im Idealfall 970 Kilometer weit. Optional kann man den Fiat Panda Citycross auch noch mit zwei Benzinern, einer CNG und einer LPG-Version bestellen. Fiat hat uns den Panda Citycross Hybrid in der Launch Edition zur Verfügung gestellt. Die ist zeitlich limitiert für das Hybrid-Modell, denn der Motor ist ja relativ neu. Insgesamt bieten sie das Fahrzeug in vier Ausstattungslinien an. Unter anderem gibt es den Panda auch immer noch als Allrad-Version, dann aber nicht in Kombination mit dem Hybrid-Antrieb. Der Wagen kommt immer mit Halogenscheinwerfern, wie auch hier bei uns zu sehen. Wir haben dann aber auch noch Nebelscheinwerfer. In der Basis steht der Fiat Panda Citycross auf 14 Zoll Stahlfelgen. Zu unserer Ausstattungslinie gehören aber diese 15 Zoll Alufelgen. Ich habe eben ausgemessen, die Bodenfreiheit gebe ich mit 17 Zentimetern an. Das Fahrzeug ist hier in dem Farbton tau-grün, metallik lackiert. Und das ist eine von fünf Farben, mit denen ihr euch den Panda Citycross Hybrid konfigurieren könnt. So hört er sich an, der 1-Liter-Dreizylinder-Sauger hier im Fiat Panda, weil die Elektro-Unterstützung kann man ja nicht hören. Genau, der Auspuff ist übrigens hier links hinter dem Stoßfänger versteckt. Und ich spiele derweil mit der lustigen Lichtorgel alle Lampen einmal in Wallung gebracht. Und ihr seht selber, da ist kein LED verbaut, sondern das sind alles noch herkömmliche Glühbirnchen. Mit dem Schlüssel der Funkfernbedienung kann ich das Auto aus der Ferne ver- und entriegeln. Ich brauche die Funkfernbedienung auch, denn es gibt kein Keyless-Entry. Und die Fenster lassen sich auch nicht aus der Ferne steuern. Dafür habe ich einen relativ großzügigen Einstieg. Und der ist ja so leicht SUV angehaucht, der Kleinstwagen. Ich habe auch einen sehr bequemen Einstieg. Ja, herzlich willkommen im Innenraum hier vom Panda Citycross Hybrid. In der Launch Edition. Nicht alles, was hier zu sehen ist, gehört schon zur Serie und Ausstattung. Ein paar Konfigurationspunkte gibt es. Schaut einfach auf unserer Homepage nach, die ist unten verlinkt. Da findet ihr dann die Konfiguration des Fahrzeugs. Ich fange jetzt gleich an mit dem Materialcheck. Wir haben hier einen harten Kunststoff als Oberfläche. Dann ein lackiertes Teil, was sich hier rund umzieht. Und auch das ist harter Kunststoff. Wenn ich jetzt in den Fußraum gucke, unten ein bisschen Teppich. Und dann schließt sich hier auch harter Kunststoff an. Die Mitte einmal abgeschwenkt. Da tut sich nichts vom Material, was ich euch schon gezeigt hätte. Alles harter Kunststoff. Das gilt dann auch für die Türen. Und da haben wir harten Kunststoff als Außenmaterial. Hier dann ein Hauch von Kunstleder. Und im unteren Bereich ebenfalls harter Kunststoff. Was man dann auch hier bei der A-Säule sieht. Der Himmel ist mit dem Stoff bezogen. Darunter spüre ich aber auch gleich die Dachpappe. Ja, Fiat bezweckt ja mit dem Panda vor allen Dingen eins. Sie wollen ein preiswertes Fahrzeug anbieten. Somit gibt es hier auch preiswerte Materialien. Das Ganze aufgewertet durch hier dieses Formteil, was dann in Außenfarbe lackiert wird. Wenn man wenig Geld ausgibt, bekommt man halt wenig Leistung. So ist es nun. Dann machen wir gleich weiter mit der Ergonomie. Dafür starte ich das Fahrzeug einmal. Dafür brauche ich tatsächlich den Schlüssel. Wir haben hier im oberen Bereich zwei Lüftungsdüsen. Da pustet es jetzt auch ordentlich raus. In der Mitte zwei Drehregler, über die ich den Luftstrom steuern kann. Und die Düsen kann ich frei verstellen. Das gilt im Übrigen auch für die äußeren Lüftungsdüsen frei verstellbar und ein Drehrad für den Luftstrom. Darunter findet sich das Infotainment-System. Im Prinzip erstmal nur dieser Block hier. Ein Lautstärkeregler und ein sogenannten Jog-Shuttle, mit dem ich hier diverse Sachen einstellen kann. Das ist die Einheit vom U-Connect. Da drunter dann nochmal eine Schalterleiste, unter anderem hier City-Mode von der Lenkung an- und ausstellen. Ich kann hier die Leuchthöhe der Scheinwerfer regulieren. Da ist der Warnblinkschalter, schön rot, kann man gut erkennen, auch mittig zentral angebracht. Nebelschlussleuchten und Nebelscheinwerfer. Die Heckscheibenheizung bzw. die Lüftung vorne über einen Knopf. Und Start-Stop kann ich hier auch noch regulieren. Dann, es gibt hier auch eine Klimaanlage in dem Fahrzeug, eine 1-Zonen-Klimaanlage. Ich kann die Temperatur einstellen, die Lüftung. Das Ganze gibt es aber auch nur im Autoprogramm und die anderen notwendigen Schaltflächen. Vor dem Gangwallhebel dann die beiden elektrischen Fensterheber. Es gibt nur vorne Fensterheber elektrisch, hinten mit Kurbeln ist das Ganze gelöst. Und hier dann eine einstufige Sitzheizung, auch für Fahrer und Beifahrer, Bestandteil des Hinterpakets, meine ich. Dieser merkwürdig anmutende Knopf ist die Feststellbremse. Halt ein bisschen schicker als nur so ein Hebel. Der Wagen kommt durchaus mit einem Multifunktions-Lenkrad, was unten tatsächlich auch abgeflacht ist. Das Lenkrad ist übrigens mit einem Leder oder Kunstleder bezogen. Ich würde fast sagen Leder. Und es lässt sich nur in der Höhe verstellen. Ich kann es also nicht rausziehen oder reinschieben, sondern nur die Höhe variieren. Auf der linken Seite des Lenkrads kann ich die Lautstärke beeinflussen, Telefonate annehmen oder auflegen auch wieder. Und das System im Übrigen durch Knopfdruck auch muten. Und auf der rechten Seite kann ich hier auch noch Dinge vom Infotainment-System einstellen. Da meldet sich allerdings dieser klitzekleine Bordcomputer. Und hier ist die Spracherkennung und das ist die Options- bzw. Bestätigungstaste. An der Längssäule rechts befindet sich der Scheibenwischerschalter. Wir haben Scheibenwischer vorne und hinten. Und hier habe ich einen Taster, um nochmal durch den Bordcomputer durchzuschalten. Ja, rechts ist relativ simpel gehalten. Blinker, man kennt es, Lichthupe und Fernlicht kann ich hier auch noch schalten. Und dazu das Licht an- und ausschalten. Und hier außen habe ich noch einen Knopf für die Spiegelverstellung. Da kann ich die Spiegel links und rechts einstellen, aber nicht irgendwie anklappen lassen. Ja, da bin ich auch schon durch. Ich kann den Motor mal wieder ausschalten. Ich presse mich mal in den Sitz. Ich bin 1,80 Meter groß. Zwischen meinem Kopf und dem Himmel passt noch eine aufgestellte Faust. Das ist also genug Platz auch zur Seite. Zwischen den Sitzen gut 15 Zentimeter. Wir sind ja im Kleinstwagen-Segment unterwegs. Das ist eigentlich ein vertretbarer Wert, weil teilweise Kleinwagen auch nicht weiter die Sitze auseinander haben. Ich bin zugegeben, da war es in das Auto nur alleine gefahren, merke aber schon, hier ist jetzt nicht so viel Platz zum Nebenmann. Aber wenn man sich nicht gerade breit macht, dann kommt man hier auch mit zwei Erwachsenen sehr gut aus. Jetzt mal der Bezug der Sitze ist aus 100-prozentigem Recycling-Material. Dazu noch 10 Prozent aus dem sogenannten Seacwall-Projekt. Das heißt, 10 Prozent des Plastiks, was hier verwendet worden ist, ist aus dem Meer gefischt worden. Gut, die Sitze sind manuell zu verstellen. Niemand kommt auch so an. Ich glaube, ich bin da dran. Der Fahrersitz ist höhenverstellbar, der Beifahrersitz allerdings nicht. Für die Lehne habe ich hier ein Hebelchen. Damit kann ich mir die Lehne halt aufrechter einstellen, wenn ich möchte. Und dazu kann ich den Sitz natürlich noch nach hinten und auch ganz nach vorne rücken. So, ein bisschen weiter nach vorne kann ich. Und das ist dann wieder die Sitzposition, die ich habe. Die Sitze sind durchaus bequem. Ich denke, mit dem Panda wird man ja hauptsächlich kürzere Strecken fahren. Aber auch eine Stunde und mehr kann man hier ganz entspannt rennen. Sitzen dazu mal. Sie auch einen Hauch von Seiten halt im oberen Bereich bieten. Gut, dann starte ich den Motor nochmal hier für die große Lichtorgel. Wir haben also zwei Rundinstrumente in so Tuben untergebracht. Einmal der Tachometer auf der einen Seite und der Drehzahlmesser dann auf der rechten Seite. Zwischendrin der Bordcomputer bzw. generell die Anzeige. Man sieht mittig die Uhrzeit und die Außentemperatur. Die Rückmeldung der Gurte. Das Auto ist jetzt 8456 Kilometer bewegt worden. Es ist fast vollgetankt. Im oberen Bereich der Energiehaushalt der Batterie ist nahezu runter. Und ganz oben, das ist die Zeile für den Bordcomputer. Und wenn ich jetzt hier am Schalter durchtippe, dann sagt er mir immer erst, was es ist. Kühltemperatur und dann zeigt er sie mir an. Fahrstrecke B und dann zeigt er sie mir an. Durchschnittsverbrauch B angezeigt. Man muss also drücken und dann immer ein bisschen warten, bis der jeweilige Wert kommt. Und wenn man den Wert nicht sehen will, dann kann man das Ganze einfach durchschalten. Aber ich nehme jetzt ruhig mal jeden Punkt mit, damit ihr es wenigstens einmal gesehen habt. Das ist noch ein bisschen umständlich. Okay, jetzt kommt aber nur noch Fahrstrecke. Also das Ganze in B nochmal. Da war momentan Verbrauch. Und damit sind wir dann einmal durch, durch den Bordcomputer. Dann kann ich gleich den Schulterblick anschließen. An der B-Säule kann man gut vorbeisehen. Auch an den beiden A-Säulen, auch wenn hier natürlich schon ein Block ist, der ein bisschen breiter ist. Da seid ihr B-Säule okay, C-Säule okay. Und auch hinter der D-Säule kann sich nicht wirklich jemand verstecken. Da hinten ist das Fahrzeug dann auch schon wieder vorbei zu Ende. Also ist es auch schön übersichtlich. Die Spiegel sind zudem schön groß geformt. Zumindest für so ein kleines Fahrzeug bieten eine gute Sicht nach hinten. Und ja fast quadratisch praktisch. Da hat man wirklich also nach hinten eine gute Sicht. Und auch mit einem Blick kann ich die komplette Heckscheibe erfassen. Die ist jetzt auch nicht so wahnsinnig groß. Der Spiegel halt auch nicht. Aber mit den drei Spiegeln hat man wirklich eine gute Sicht nach hinten. Ja, eine Rückfallkamera gibt es nicht. Macht es nicht und somit bin ich auch schon durch. Geht ganz schön schnell. Eine Hupe hat der Wagen aber. Und so hört sie sich an. Dann mache ich gleich weiter mit dem Ablagencheck. Zeige euch hier einmal die ganzen Ablagen im Vorderwagen. Ich fange wie immer an mit den Türtaschen. Hier gibt es tatsächlich einen Einschub für eine Flasche. Ich habe wie immer meine halbe Liter Y-Food dabei als Musterflasche. Damit vergleiche ich ja schon länger jetzt die Fahrzeuge. Y-Food im Übrigen ist eine ausgewogene Trinkmahlzeit, wie es da steht. 500 Milliliter enthalten 500 Kalorien. Du weißt also genau, wie viele Kalorien du zu dir nimmst. Und mich macht so eine halbe Liter Flasche vier Stunden lang satt. Also quasi einen halben Arbeitstag. Wer das mal ausprobieren möchte für sich, der kann den Code nehmen, der unten eingeblendet wird. Man sieht es, der halbe Liter passt hier gerade eben so rein. Denn das hier ist eine kleinere Flasche. Neue Geschmacksrichtung Mango Lassi 0,33. Würde hier sogar noch ein bisschen besser passen. Man sieht aber, dass diese Türtasche schon generell eher ein bisschen schmaler ist. Aber die Flasche kann ich hier auch hin und her schieben. Das passt auf jeden Fall. Dazu die Türschale nicht rutscht, fast ausgekleidet. Könnte man natürlich aber trotzdem als Ablage nutzen. Die nächste Ablagefläche dann hier hinter dem Schaltknauf. Da haben wir, ich würde sagen, zwei Getränkehalter nochmal. Die 0,33 Liter Flasche Y-Food, die passt hier auf der einen Seite rein. Auf der anderen Seite würde sie rauskippeln. Und wenn ich jetzt die große Flasche nochmal bemühe, die könnte ich daneben quetschen. Dann sitzt, passt und wackelt das auch. Also passt alles zusammen. Was ich eben vergessen habe, ist natürlich hier diese Handyhalterung. Ich habe mein iPhone 11 Pro Max. Das kann ich hier reinklemmen und dann auch verschließen und natürlich als Navigationssystem nutzen. Da gibt es dann noch einen USB-Anschluss, der auch mit dem System verbunden ist, sodass man nicht nur Musik hören kann, sondern auch die Anweisung vom Navigationssystem über das Infotainmentsystem kredenzt bekommt. Wieder zurück zu meinen beiden Flaschen. Dahinter befindet sich dann nämlich noch ein 12-Volt-Anschluss, den man maximal 180 Watt belasten kann. Hier vor dem Handbremsebel haben wir auch nochmal eine kleine Ablage. Nicht rutschfest, aber sie ist halt da. Und hinter der Handbremse haben wir dann auch nochmal drei potenzielle Getränkehalter, würde ich sagen. Wobei die Ablagen, glaube ich, schon für die hinteren Passagiere gedacht sind. Dann gibt es hier oben ein großes Fach. Ich nehme nochmal die beiden Flaschen und werfe die da rein, damit ihr einen Eindruck habt, wie groß das ist. Das kann hier auch nicht rausfallen. Ist allerdings alles harter Kunststoff. Und das ist nicht etwa das Handschuhfach, sondern das ist hier eine Etage tiefer untergebracht. Da passt doch einiges rein, unter anderem hier diese beiden Macken und noch Warnwesten und, und, und. Es geht also schon ein ganz schönes Stückchen rein. Allerdings sind sonst keine weiteren Features gegeben und ich sehe auch keine Beleuchtung. Ein Ablagefach habe ich noch, dafür bin ich mal flugs ausgestiegen. Hier unterhalb des Schaltknaufs habe ich dann auch nochmal eine Ablage, wo ich auch nochmal irgendwas unterbringen könnte. In der Fahrersonnenblende gibt es keinen Make-up-Spiegel, wohl aber auf der Beifahrerseite. Die Spiegelfläche eher mittelgroß für den Kleinstwagen, allerdings schon groß. Der Spiegel ist allerdings nicht beleuchtet. An beiden Seiten haben wir so Gummilaschen. Da könnte ich also die Rettungskarte einklemmen oder ein Parkticket. Ich kann das Ganze auch zur Seite drehen, allerdings nicht nach hinten ziehen, sodass wir hier zwei Hände breit Platz haben, wo dann auch die Sonne einfallen kann. An der Fahrerseite gibt es dann noch ein Brillenfach statt Haltegriff. An den anderen drei Türen dann entsprechende Haltegriffe. Ja, Leselampen gibt es nicht. Das ist hier quasi die einzige Lampebeleuchtung, Einstiegsbeleuchtung und gleichzeitig Leselampe. Ja, grundsätzlich ist die ganze Ausstattung schon ein bisschen rudimentärer behalten. Was mich aber positiv überrascht hat, sind die zahlreichen und großzügigen Ablageflächen. Also gefühlt hat man hier im Panda mehr Platz als in so manchem Kompakten. Gut, jetzt möchte ich euch noch einmal das Infotainment-System kurz zeigen, zumindest rudimentär. So viele Funktionen gibt es ja nicht. Ich verschaffe euch meinen Überblick, das will ich sagen. Das Auto jetzt nochmal gestartet, damit wir hier dauerhaft auch Strom auf dem System haben. Ich kann das System also an- und ausstellen. Wenn ich im Radiobetrieb bin, sieht das Ganze so aus. Da habe ich hier sechs Kurzwahltasten für irgendwelche Sender. Also wenn ich hier Radio mehrfach drücke, dann kann ich wählen zwischen DAB, FM und AM. Gehen wir mal zurück auf DAB. Jetzt habe ich die Möglichkeit, hier einfach durch die Senderliste zu skippen. Also alle Sender, die er gerade so findet. Und wenn ich jetzt Planet haben will, dann kann ich den auf der 3 einfach speichern. Boom, da ist das Signal. Und wenn ich jetzt weiterschiebe und nochmal auf die 3 gehe, dann hat er den gefunden. A, B, C, das sind unterschiedliche Presets, die ich anwählen kann. Also kann ich hier die sechs Tasten dreifach belegen. Das gleiche gilt dann halt auch für FM oder AM. Also das ist einfach nur eine Erweiterung der Speicherplätze, die ich hier habe. Gut, es gibt auch ein Menü. Dadurch kann ich dann hier einfach mit diesem Jogshuttle durchschalten, verschiedene Sachen einstellen, wenn ich denn möchte. Und wenn ich irgendwas verändern möchte, dann drücke ich hier rechts, links. Ein Klangmenü gibt es auch noch. Den Bass nehmen wir mal raus. Auch die Höhen nehmen wir raus. Balance lassen wir lauten. Es bleibt off. Equalizer auch off. Und das sind die Einstellungen, die ich hier habe. Dazu habe ich noch hier die Media-Taste. Dann erkennt er Media-USB, also mein Telefon, und spielt jetzt da quasi meine Playlist, die ich eingestellt habe. Wenn ich das richtig verorte, haben wir nur im oberen Bereich Lautsprecher in den Türen und hier oben Tweeter. Die sorgen dafür, dass man hier vorne ordentlich bescheuert wird, zumindest von der Lautstärke her, was die Klangqualität angeht. Solange man leise Musik hört, hört sich das System wirklich gar nicht schlecht an, bringt auch so ein bisschen Bass mit. Wenn man es dann allerdings lauter stellt, dann werden Mitten und Höhen verzehrt und das macht dann nicht mehr ganz so viel Spaß. Wenn man sich den Kleinstwagen anguckt, man erwartet ja keine Platzwunder hier hinten auf der Rücksitzbank. Trotzdem steige ich natürlich einmal für euch ein, zeige euch das Platzangebot und auch die Ausstattung hier hinten. Erstmal wird eingestiegen, natürlich muss ich den Kopf einziehen und merke schon, mit der Beinfreiheit ist es nicht ganz so weit bestellt. Ja, und so sieht es aus, wenn ich hier hinten sitze, hinter mir. Der Fahrersitz ist immer noch auf mich eingestellt, ich bin ja 1,80 Meter groß. Ich habe quasi keine Beinfreiheit. Egal, ob ich meine Knie nur nach außen drücke, dann hänge ich hier an den Sitzwagen, was ein bisschen gepolsteter ist, oder nach innen stelle. Dann spüre ich hier irgendeine Gestänge vom Sitz und so möchte ich auch nicht sitzen, weil ich Angst hätte, dass ich dem Fahrer meine Knie in den Rücken bohre. Also dann doch eher so. Ich kann meine Füße auch nicht unter den Fahrersitz schieben, gar nicht von der Höhe her, sondern da ist, glaube ich, eine Lüftungsdüse, die dann hier nach hinten noch Luft trägt. Wenn ich meinen Kopf zur Seite drehe, dann stoße ich nicht gleich an den Dachräumen und hier zwischen meinem Kopf und dem Himmel passen ungefähr noch zwei flache Hände. Ich komme aber gut an die Kopfstützen ran. Ja, erstmal fühle ich mich aber hier schon ein bisschen beengter. Dann schauen wir einmal auf die Ausstattung. Hier in der Türtasche ist so ein schmaler Schlitz, da kann ich eine Kleinigkeit ablegen wie ein Portemonnaie. Hier auch wieder so eine Griffschale, auch hier könnte ich noch was reinlegen, wenn ich denn möchte. Elektrische Fenster hier bei hinten gibt es bei unserem Testwagen nicht, sondern lustige Kurbeln. Und wenn ich diese Kurbel nutze, liebe Kinder, dann kann ich die Scheibe ganz alleine hoch und runter fahren. Allerdings, ich fahre sie nochmal runter und man sieht es hier, glaube ich, ganz gut. Also fast die Hälfte der Scheibe bleibt stehen, weiter runter bekomme ich sie also leider nicht. Im oberen Bereich habe ich einen Haltegriff und daran angebracht auch nochmal ein kleiner Kleiderhaken. An den Rückseiten der Vordersitze gibt es nichts zu bestaunen. Dafür hier die eben schon erwähnten Einschübe. Also den halben Liter Y-Foot bekomme ich in den hinteren, aber auch in den vorderen. Sitz passt, wackelt und sogar den könnte ich noch einmal nehmen. Also drei halbe Liter kann man hier unterbringen. Die 0,3 Liter Flasche wackelt hier ein bisschen, wird aber wahrscheinlich, wenn der Fahrer nicht zu wild fährt, auch so halten. Ja, und damit sind wir auch schon durch. Hier hinten eine Beleuchtung gibt es nicht. Ich sitze ja hier hinter dem Fahrer, bin noch weit über diesem farbigen Bereich. Das heißt, so viel Platz hätte eine Person, die zwischen zwei Jans sitzen würde. Also hier hinten wirklich nur Platz für drei zierliche Personen oder halt zwei normal gebaute Erwachsene. Die Gurtlänge hier hinten, ja, sollte gerade eben ausreichen, um Kindersitze und Babyschalen anzuschneiden. Die Türöffnung, allein weil das Auto schon nicht so groß ist, ist es jetzt auch nicht so wahnsinnig groß. Also wenn man einen größeren Kindersitz einladen möchte, dann muss man den entsprechend verkanten. Die Isofixhalterungen befinden sich hier einfach zwischen den Polstern und die Gurtpeitschen sind leider loser Natur. Die sind ein bisschen fester, sodass Kinder wahrscheinlich auch Probleme haben, sich selbstständig anzuschneiden. Also kleinere Kinder. Der Gurt für den mittleren Sitzplatz, der ist hier hinten angebracht und dann über Magneten entsprechend fixiert. Wir haben keine Isofixhalterungen auf dem Beifahrersitz. Den Beifahrer Airbag kann ich aber über das Menü vorne am System abstellen. Um den Kofferraum zu öffnen, habe ich hier einen Taster unterhalb der Kennzeichenleuchte oder auf Höhe der Kennzeichenleuchte. Wenn das Fahrzeug verriegelt ist, dann kann ich auch den Drücker nutzen auf dem Schlüssel. Dann wird die Klappe entriegelt, das restliche Auto bleibt aber verschlossen. Und die Klappe öffnet sich hier mithilfe der Gasdruckdämpfer. In den Kofferraum vom 2020 Fiat Panda Citycross Hybrid passen 225 Liter. Bei umgeklappter Rücksitzbank sind es 870 Liter. Dann werfen wir nochmal einen Blick in den Kofferraum rein. Erstmal hier, Verbandstasche ist, die Verbandstasche natürlich ist mit Klettverschlüssen versehen. Und auf der anderen Seite haben wir das Bordmaterial ebenfalls, also ein Wagenheber ist hier. Ein bisschen Werkzeug. Ebenfalls mit Klett am Unterboden festgemacht. Diesen kann ich auch nochmal anheben. Das ist hier aber wirklich nur so eine Presspappemappe. Und da unten haben wir dann noch ein Notrad bis 80 kmh ist es zugelassen. An der linken Seite gibt es dann noch eine Kofferraumbeleuchtung und an der rechten Seite ein Taschenhaken. Die Hutablage hat hier feste Scharniere und auch oben kann ich so einen Nippel aushängen. Die Hutablage selber sowohl oben. Ne, unten ist nur noch Presspappe und oben ist es wohl mit Filz besprüht. Mit gebührendem Abstand zur Stoßstange komme ich hier locker an die Entriegelung der Sitze. 40% fallen rechts, 60% dann links. Und hier gibt es aber natürlich eine richtige Stufe, so fast auf der Höhe der Ladekante. 380 kg darf ich zuladen hier bei unserem Testwagen. Davon 55 kg auf die Dachreling schnallen. Ein Anhängerbetrieb ist bei dem Fahrzeug nicht vorgesehen. Herzlich willkommen zu meinem Fahreindruck hier mit dem Fiat Panda Citycross. Ich bin nicht in Bielefeld unterwegs, sondern im Frankfurter Großraum. Und ich drehe jetzt hier mal, das ist natürlich deutlich enger als das, was ich auf der Kraxer Straße habe. Schummelt aber so ein bisschen nach hinten. Und kann aber schon mal sagen, die Servo-Unterstützung ist wirklich nett. Ich hätte hier sonst auch noch dieses, die habe ich sogar aktiviert, die City-Servo-Unterstützung. Dann ist die Servo-Längung glaube ich noch ein bisschen stärker unterstützt. Ja, wir haben einen Wendekreis von 9,7 Meter. Das Auto ist also richtig schön wendig und einfach auch zu rangieren. Eine Lenkradumdrehung und eine halbe. Es sind aber trotzdem drei Lenkradumdrehungen von Lenkanschlag zu Lenkanschlag. Wo es hier so ein bisschen schattig ist, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Aber das, was ihr an weißen Schaltern seht, die sind hintergrundbeleuchtet, schimmern so leicht orange-rot. Kann man also auch in der Nacht gut ablesen. Von hinten kommt gerade nichts. Dann kann ich hier meinen Sprint von 0 auf 100 Mal erledigen. Grüße vom Getriebe, Jan, wie peinlich. Ist hier leicht abschüssig. Und dann habe ich die 100 auch schon erreicht. Unter Laborbedingungen von 0 auf 100 in 14,7 Sekunden. Und ja, das Getriebe hat eben einmal geknarrt. Es tut mir auch leid und es ist mir wahnsinnig peinlich. Aber ich habe nicht so die Möglichkeit, das jetzt hier öfter zu wiederholen. Ich finde die Schaltung aber gar nicht schlecht. Erstmal bemerkenswert in so einem kleinen Wagen für den Preis eine 6-Gang-Schaltung. Also wirklich einen sechsten Gang. Wobei der sechste Gang meines Erachtens eher so ein lang übersetzter Spritspargang ist. Den nutzt man dann, ja, aber auch schon ab 60 kmh kann man mit dem eigentlich prima unterwegs sein. Ich habe übrigens hier das Handy mitlaufen und die GoPro auch auf dem Tacho. Aber ich kann den Tacho da nicht so gut ablesen, wenn die GoPro drauf steht. Und die GoPro muss sich so setzen. Ihr seht den Drehzahlmesser leider nicht, weil das so Tuben sind. Und da sieht man gar nichts mit der GoPro. Die müsste dann quasi hier sitzen. Und das kriege ich halt nicht hin. Das Fahrzeug hat also einen Mild-Hybrid-Antrieb. Soll heißen, wir haben hier einen 70 PS starken, 1 Liter rein, 3 Zylinder, ohne Turboaufladung am Start. Und der wird von einem Riemen-Starter-Generator angetrieben, der nochmal eine Leistung von 3,6 kW hat. Der kann den Motor ein bisschen boosten mit 20 Newtonmeter. Davon merke ich persönlich nichts. Und wenn man auskuppelt, dann segelt das Fahrzeug bei Geschwindigkeiten unterhalb von 30 kmh. Auch das habe ich während meiner Probefahrt jetzt nicht wirklich aktiv erlebt. Ich wüsste aber auch nicht, wie sich das dann anfühlen soll. Ich kann euch sagen, dass wir zwar nur ein Leergewicht von einer Tonne hier mit uns mitführen, der Wagen sich aber trotzdem nicht wirklich spritzig anfühlt. Er ist eher für die gemütliche Fahrweise. Und ich erwische mich auch immer dabei, dass ich selbst auf einer Landstraße oder Bundesstraße, wo ich 100 kmh fahren kann, dann eher so mit 80 kmh rumgummel im sechsten Gang. Weil wenn man ein bisschen vom Gas geht, dann verliert man halt an Geschwindigkeit und es fühlt sich dann irgendwie ganz richtig an mit 80 kmh. Was mich durchaus überzeugt hat bei dem Fahrzeug ist einmal die Kombination Sitze und Fahrwerk. Bei preiswerten Fahrzeugen hat man ja oft die Bedenken, dass die Sitze da nicht ganz so gut sind. Die haben also hier nicht nur die wahnsinnig umweltfreundlichen Sitzbezüge, sondern sind auch noch ganz bequem. Ich bin gestern eine Stunde mit dem Auto gefahren, am Stück heute auch schon wieder und auf die Sitze will ich wirklich gar nichts kommen lassen. Die sind zwar von den Einstellungsmöglichkeiten jetzt hier nicht so wahnsinnig komfortabel, aber rein vom Sitzkomfort ist das voll in Ordnung. Und auch das Fahrwerk gefällt mir sehr gut, ist eine gute Abstimmung zwischen einem komfortablen Fahrwerk, was hier den schlechten Weg so ein bisschen ebnet. Und trotzdem kann man, also ich würde jetzt nicht sagen sportlich fahren, aber wenn man schneller fährt, merkst du, dass das Auto das halt auch alles mitmacht. Wobei schneller, sage ich jetzt mal, in so Geschwindigkeiten zwischen 100 und 150 kmh. Aber auch da erwartet man ja erstmal nicht ganz so viel bei preiswerten Fahrzeugen. Dem Preis geschuldet ist möglicherweise auch, dass wir hinten Trommelbremsen haben, wobei die ja oft einen schlechteren Ruf haben, als sie dann tatsächlich sind. Vorne also Scheiben, hinten Trommeln. Wir haben aber auch nur ein Leergewicht von einer Tonne und diese Tonne beherrschen die Bremsen hier ganz entspannt. Die Bremse hat auch einen schönen Druckpunkt und lässt sich gut dosieren. Ja und jetzt ist genau das mal hier schön eingetreten. Es geht leicht berghoch. Ich bin im sechsten, gefühlt meine Gaspedalstellung ist so geblieben, aber er verliert jetzt natürlich deutlich an Geschwindigkeit. Und dann darf man ruhig mal bis in vierten runterschalten. Und auch da stehe ich jetzt mit dem Fuß auf dem Bodenblech. Man muss halt ein bisschen Geduld mitbringen, wenn man das Auto fährt. Aber auch da gibt es ja genug Anwendungszwecke, wo das passt. Und ich denke mal, gerade im Hauptabsatzgebiet in Italien macht das alles nicht ganz so viel aus. Nur wir Deutschen sind ja bislang noch so fixiert auf Geschwindigkeit und Sportlichkeit. Noch einmal kurz zurück zum Hybridantrieb. Wir haben ja eine 11 Amperestunden Batterie, die diese Leistung nochmal zwischenspeichern kann. Separat von der normalen Starterbatterie, sage ich mal. Und als ich losgefahren bin, war die ziemlich leer. Ich habe ja hier auch so eine Akkuanzeige. Und bin dann hin und her und merkte, dass die sich bei defensiver Fahrweise doch durchaus auflädt. Und dann bin ich einen längeren Berg runtergefahren. Und zickzack war die ganze Batterie schon wieder voll. Und ich konnte dann anschließend im urbanen Umfeld wohl davon profitieren, dass der Motor geboostet wurde, beziehungsweise entlastet wurde durch den Startergenerator. Denn dann ist der Verbrauch relativ schnell nach unten gegangen. Ja, geht auf die Autobahn vor mir leider ein Laster, sodass ich hier keine durch die Kurve nicht durchbeschleunigen kann. Ich versuche aber mal hier das Auto jetzt in Wallung zu bringen, weil das hier einigermaßen eben ist und dazu noch unbeschränkt. Ich drehe jetzt bei 6.000 Umdrehungen, dann wird auch mal geschaltet. Und wieder 5.500 Umdrehungen, 6.000 und schalten. Ja, und trotz gerader Strecke mag er jetzt nicht so wirklich aus dem Quark kommen. Ich drehe bei 5.000 Umdrehungen. Ich brauche jetzt, glaube ich, tatsächlich hier den Schwung runter. Damit hier was passiert. Aber immerhin 155 Höchstgeschwindigkeit laut GPS haben wir erreicht. Dann habt ihr mal so ein Gefühl, wie das hier verhält mit der Geschwindigkeitsentfaltung. Hier im Fiat Panda Citycross Hybrid. Ich kann die Geschwindigkeit mal ein bisschen rausnehmen. Bin jetzt im sechsten Gang, gut 100 kmh, 110 kmh laut Tacho. Und der Wagen dreht bei etwas vor 3.000 Umdrehungen. Leichte Windgeräusche höre ich schon, aber der Motor meldet sich zumindest nicht akustisch. Und wenn mich hier so ein Auto überholt, also die Geräusche von draußen kommen auch ganz gut rein. 120 dann bei 3.300 Umdrehungen. 130 laut Tacho im Übrigen. Ja, die Windgeräusche sind dezent lauter geworden. Und ich hebe auch schon so langsam meine Stimme. Der Motor kommt jetzt auch langsam zum Tragen. Und diese ganze Geräuschkulisse ist schon ein bisschen lauter, aber jetzt auch noch nicht störend laut. 140 jetzt bei knapp 4.000 Umdrehungen. 3.8. 3.9. Die Windgeräusche sind noch mal lauter geworden. Tragen jetzt aber das Motorengeräusch hinfort. Und ja, meine Stimme hebe ich ein bisschen weiter hin. Aber so könnte man auch länger fahren. Allerdings kann man hier bergauf, bergab die Geschwindigkeit nicht gut halten. Schon gar nicht im 6. Kurz festhalten möchte ich an dieser Stelle doch. Man kommt zwar recht schwer auf Geschwindigkeit, kann sich auch nicht besonders gut halten. Aber wenn man Lauf hat, sowohl die Lenkung als auch das Fahrwerk machen auch die höheren Geschwindigkeiten problemlos mit. Also ich fühle mich jetzt hier nicht unsicher in dem Auto, sondern habe schon das Gefühl, dass ich hier auch ein bisschen zügiger fahren kann. Weil Fahrwerk und Bremse das halt locker mitmachen. Komme ich noch mal kurz zum Verbrauch. Er hat eine Neffsverbrauchangabe von 3,9 Litern. WLTP ist mit 5,6 Litern angegeben. Das ist auch schon eine ziemliche Diskrepanz. Gestern bin ich 70 Kilometer effizient mit dem Auto gefahren. Das heißt aber eigentlich auch nur über Land und ohne Großbeschleunigen. Bin da dann locker auf den Verbrauch von 4,9 Litern gekommen. Jetzt fahre ich quasi Autobahn zurück. Habe schon mehrmals hochbeschleunigen müssen. Und da ich mit dem Auto halt nicht so schnell beschleunigen kann, dauert das halt mehrmals ansetzen, wenn es ein bisschen voller ist. Bin jetzt beim Verbrauch von 5,9 Litern. Wenn ich bei meiner Runde wieder angekommen sein werde, bin ich mir ganz sicher, bin ich wieder runter auf 5,6 Liter. Und das ist der Verbrauch, mit dem ich dann auch rausgehe. Über 200 Kilometer. Ich muss jetzt mal zum Fazit kommen. Ich bin aber selber noch so ein bisschen unentschlossen. Also wir haben ein Auto, was wirklich nicht zügig beschleunigt. Das zeigt ja schon der Wert von 0 auf 100 in fast 15 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit hat man schon bei 155 kmh erreicht. Ich denke mal, für den italienischen Markt ist das schon cool. Auf der Landstraße, da ist so ein robustes Auto mit einer einfachen Technik, die auch nicht so schnell kaputt geht. Sieht man mal von der Elektrifizierung ab. Aber selbst die ist ja einfach gehalten. Für uns hier in Deutschland, die erwarten, dass man mit so einem Auto mal locker auf der Autobahn fahren kann oder auf der Landstraße mal einen Trecker überholen, fühlt er sich schon ein bisschen untermotorisiert an. Aber für Leute, die es nicht ganz so eilig haben, ist es auch wieder ein prima Auto, weil du ein wahnsinnig großes Platzangebot hast, ein leichtes Fahrzeug, was trotzdem fahren kann. Aber spritzig finde ich ihn wirklich zu keiner Zeit. Der Fiat Panda City Cross kommt ganz ohne Assistenzsysteme aus. Also wir haben kein einziges System der klassischen Fiat, die ich haben will, auch sonst keine. Darum unter anderem auch die schlechte Bewertung beim Euro NCAP Crash Test, weil halt keine Unterstützung. Wenn man sich aber überlegt, wo das Auto herkommt und wofür es gebaut worden ist, dann ist das für die Italiener, denke ich, nicht ganz so dramatisch. Bei uns Deutschen, wir werden natürlich sofort hellhörig. Ja Kinder, das war es auch schon wieder. Das war unsere Videokaufberatung zum Fiat Panda City Cross Hybrid. In der Launch Edition sind wir ihn gefahren. Und zum Ende meiner Videokaufberatung immer zwei Punkte, die mir negativ aufgefallen sind. Das eine ist natürlich ganz klar, eine Null-Sterne-Bewertung beim Euro NCAP Crash Test, das schockt erstmal. Da weißt du gar nicht, willst du da einsteigen und mit deinen Kindern schon gar nicht. Aber wenn du das Auto mal gefahren bist, auch wenn du dir diese Crash Test Bewertung anguckst, warum, wieso, weshalb, da kann man schon sagen, nein, kann man schon kaufen. Und der zweite Punkt ist, dass der halt mit Spritzigkeit so gar nichts zu tun hat. Das ist eher gemütlich, auch in den unteren Gängen. Und man kommt einem nicht ganz so flott vom Fleck, wie man sich das vielleicht manchmal wünscht. Zwei positive Punkte, zwei Punkte, die mir gut gefallen haben. Wenn man sich das Auto wirklich mal genauer anguckt, ist es sehr einfach gehalten. Und einfach ist halt auch preiswert in der Wartung. Wo nicht viel dran ist, kann nicht viel kaputt gehen. Und wenn du ein schmales Budget hast, dann ist so ein Auto natürlich genau richtig. Statt irgendwas mit Turboladern und hier noch was und da noch was, wo du dann immer wieder schön schucken kannst, wenn das Auto ein paar Tage älter ist. Und der zweite Punkt, wir reden ja hier über ein Kleinstfahrzeug. Der Kofferraum, gerade die Höhe, das ist schon ziemlich spannend. Und da bekommst du dann schon lustige Sachen auch rein. Und ja, das soll es auch schon gewesen sein. Gut, ich kann mir in etwa die ersten Kommentare schon vorstellen. Trotzdem, ich bin sehr gespannt, was ihr so sagt zu dem Fahrzeug. Schreibt es mir bitte unten in die Kommentare. Meine Meinung, die veröffentliche ich auf Ausfahrt TV Plus nochmal. Da erzähle ich noch ein bisschen mehr zu dem Auto, zu dem Bewertungsprinzip, was wir hier gerade eingeblendet haben, warum ich das Auto so bewertet habe. Ich lade euch herzlich ein, auch dieses Video anzugucken. Das ist unten im Videobeschreibungstext verlinkt. Ja, über ein Like freuen sich der Alex und ich auch, wie Bolle. Der Alex steht wie immer hinter der Kamera. Und ich verabschiede mich jetzt. Bleibt gesund da draußen. Und tschüss, bis dann. Euer Jan. Ich lade euch jetzt. Vielen Dank.